So hallo, wir machen jetzt die Trophäe. Geschüttelt, nicht gehörd. Ziehe deinen Avatar einen lässigen Smoking an und fahre einen Aston Martin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch mit einem Probefahrzeug geht. Also mit einer Probefahrt von einem Aston Martin. Deswegen wir kaufen uns jetzt mal ein Smoking. Bei Kleidung ist das. Und dann bei Anzug. Ich weiß gar nicht, was der gewusst. Ah, okay. Den angagert man gratis, wenn man das abschließt. Aber die 21.000 tun uns auch nicht weh. Also können wir sich locker leisten. So, in Smoking haben wir. Jetzt werden wir noch eine Probefahrt mit einem Aston Martin machen. Zum Shop. Aston Martin müsste gleich am Anfang sein. Da können wir sich eigentlich aussuchen, welchen nehmen wir. Nehmen wir den. Nehmen wir den Aston. Achso, dann können wir das von der Crews fahren. Und dann machen wir eine Probefahrt. Ah, okay. Es zählt anscheinend nicht. Okay, halb so weit. Dann müssen wir sie kaufen. Dann müssen wir sie jetzt wohl oder übel einen Aston Martin kaufen. Und zwar, wir kaufen sie den billigen da. Also das ist der billigste. Der da. Ah, der war aber ein bisschen besser. Aber man kann beide glaube ich gleich tunen. Deswegen, wir werden den nicht mehr. Vielleicht sogar in der Original vorbelassen. Schaut da nicht schlecht aus. Nur andere Folgen auf wieder. Und jetzt sollten wir eigentlich die Trophäe kriegen. Fahren. Geschüttelt, nicht gerührt, da ist die Trophäe. Falls euch das Video gefallen hat und falls es euch geholfen hat, mir wird es gefallen, wenn es mir ein Like geben wird. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.